so hallöchen mein lieben hier sind wir wieder in songs of the forest mit einem neuen video und ich muss sagen es ist ein update rausgekommen das war das achte und da gibt es einige neuerungen super gut hier ich weiß nicht wo der ist wo ist der wind denn überhaupt schweidekopf nicht da ich will ihn doch hinsetzen ich will ihn doch nur hinsetzen komm mal her du leute jetzt brennt ja wieder rinder ja ich bin da wohl ich bin da wohl hier wie kann man denn die stöcker hinsetzen ich bin da wohl hier ich bin da ich bin da ich bin da die kann ja ja genau die können jetzt die können schwimmen auch keppchen kannst du mir nicht Ich weiß nicht, dass die Pizzel ist. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt mal elektrische Hinträge auf den Zorn. Ich könnte mich jetzt elektrische Fäule bauen. Was für Abwehr? Jetzt ist der da wieder rum. Ja, Mann, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Moment. Ich werde mich mal eben ausruhen. Das dauert nicht so lange. Ja, wir können aus Geradrolle Stöcke und ein Solarpanel den nexischen Zaun machen. Und dann gibt es da noch ein ganz toller Ding da. Äh, Mensch, komm, ich steh mal auf. Na komm. Naja, Spielstand, genau. So, wie spiel haben wir? Wir können schlafen. Machen wir denn auch? Mein Booster, das ist auch geil so. So, müssen wir mal eben mal gucken. Haben wir noch mal zu trinken? Äh, wir werden erst mal essen. Wir werden noch mal wieder reingebettet. Aber jetzt! Das war's. Ich habe mich nicht, dass ich so lange gut nachdenke. So, wo stellen wir denn das Ding hin, hier? So, wo stellen wir denn das Ding hin, hier? So. Ja. Ja. Na, hier machen wir die. Na, hier machen wir, wir machen. Ja, wir machen. Hehehe Leuk Ich hab keine Reiter. Ich hab keine Reiter. Ich hab keine Reiter. Danke. Ich hab keine Reiter. 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 Ich hab meinen Reiter da. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Ja, dann muss ich hier noch welche wegnehmen. 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 Und Steine noch. Ja, dann muss ich hier noch welche wegnehmen. Da holt er einmal Stämmer hier. Und haut ihn gleich ab jetzt. Ja. 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 Ich will mir hier was vormachen. Ja. Ja. Scheiße Mensch. Ich kann nur Feuer machen damit. Warum? Warum? Warum kann ich keinen Zaun machen? Ja. Ja. Das ist natürlich jetzt Mist. Ja. 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 Ich will hier jetzt. Ja. 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 Aber es ist noch nicht. Also, das ist nicht das Richtige. Was ist das hier? Scheiße. Ey, hör mal, wie geht denn das? Schlepprad. Nee. Was ist das hier? Lagerung. Ach man, was ist denn das für ein Scheiß? Da steht nichts dabei, oder? Kann man das nicht irgendwie wechseln? Nee. Schau mal, ich kann den nicht nirgends hinstecken. Der geht einfach nicht. Vielleicht endlich was tun? Los, hau ab! Ach man, ey, was bist du denn nun voll von Sack? Ey, die hat so bescheuert, ne? Der hat wirklich heute nur ein Dachschaden. Jetzt setze ich wieder hin. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich schwinge das nicht hin. Warum nicht? Warum kann ich da keine Stücke hin... äh... 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 Äh, das ist wieder einmal zu tun. der macht hier einfach nicht weiter, der Kursche da hier muss ich auch noch drunter sitzen, dann äh äh schau mal hier 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 Ich hoffe nur, dass die Settagluft wird. Ja, warte, ein bisschen rausgehen, endlich. Jetzt setzt er sich wieder hin, dieser Kneipe. Oh, ey. Okay. 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 Jetzt rennt er wieder da hin. Also, ne, Mensch, ich hab gar nicht die Schnauze voll. Okay. Warum kann ich das nicht? Ey, können wir los, hau abgehals. Los, rauch jetzt. Tschüss. Acker. Los, geh arbeiten. Geh arbeiten. Ey. 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 Oh, er ist draußen. Mach schnell wieder zu sonst. Das steckt ja wieder hier drinnen. Ja. So. Dann können wir den nämlich wegmachen hier, glaub ich. ja. Ja. Ähm. Dann muss ja einen runter machen. Dann muss auch noch einer lang. Kannst mal. Ich geh da mal hinterher wieder wegnehmen, nehme ich an. Ja. Gar nicht. Den brauchen wir doch gar nicht. So lang? Eigentlich nicht. Oh. So. Ja. Wollen wir mal sehen, ob er klappt hier. Na, die stehen zu weit da. Also wieder Mist. Die sollten da eigentlich reinlaufen. Die stehen blöde. Die stehen blöde. Öhm. Der kann auch weg. Elo. Oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was war denn in Pantone? Die Dinger stehen falsch. Die Dinger sind für einen Direktor. Pantone? Die Dinger sind für einen. Ja. ich weiß nicht wie ich gar nicht so ein stück dahin brennt einer weg ich muss auch mehr fallen machen ich habe keine seile mehr sorry ich weiß es nicht Ich habe null Ahnung. Ja. Also. schwingen kugel die haben wir gebaut noch keiner rein leider das sah in dem video so geil aus die hauen da echt die kappe kaputt also sagt man auch selbst nicht reinlaufen auf keinen fall da ist man gleich dort aber immer den kürzesten da rennt nur einer rum von den extra gebräunten er hat man nicht ein einzigen beiden geholt da ist nichts scheißdreck ich habe noch nicht ausgelöst der steht schon wieder vor der tür macht nicht den lasse ich jetzt nicht rein er soll arbeiten später hat er dann nehme ich hier nochmal die was endet der mir mal weg aber es ist wieder einer da er denkt ich habe hinterher bei der gegner war wirklich auch ein zünder der burte Da haben wir, da haben wir. Da hinten ist der rotgebräunte. Jetzt auch dies. Der verfolgt Kevin immer noch. Wir sahen ihn umgehauen. Das ist ne Drecksaufer. Na was los so? Scheiße. Oh Mann, 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 Mann. Da muss da oben nochmal Druck. Da gehe ich übers Dach drüber. Kevin rennt schon wieder weg. Ey, die sind total verkehrt. Ja. Ja. Da unten sieht das schon ganz gut aus. Ja, was machen wir, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier wollen wir wieder Licht machen, äh, Tageslicht. So, gehen wir wieder runter. Ich tue lieber immer abspeichern jetzt da, also das ist alles sonst nix. So, dann gehen wir mal gleich wieder pennen. Wie kommt der denn hier drin? Okay. 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 Hey, wie kommen die denn hier drin? Okay. 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 ich habe vergessen die tür zu so eine scheiße ich habe nichts Und jetzt Und jetzt ist es mir zu dunkel da draußen. Ich habe vergessen, da abzuschließen. Denn normalerweise können die doch gar nicht reinkommen. Ich kann doch nicht abspeichern jetzt, solange wie die da drin sind. Wie kommt die hier drin? Und jetzt gibt es ja gar nicht mehr, oder? Ey, wir haben immer noch kein Holz. Wie kommt die da rein? Ich habe hier abgeschlossen. Ich spiele ihre Vorstellung. Okay, ich spiele die Zitzen. Ich spiele dich... Ich spiele die Zitzen. Ich spiele die Zitzen. Und jetzt gibt es richtig gut. Denn ich spiele die Zitzen. Ich verstehe das nicht. Leute, versteht ihr das? Genau wie ich das nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie die hier reingekommen sind. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Beim besten Willen nicht. Vielleicht könnt ihr mir in der Beziehung mal was sagen. Und vor allem mit den Stöcken, das will einfach nicht. So, ich nehme... Ja, ausrüsten ist es ja nicht. Ja, äh, kombiniert ist es ja nicht. Oder? Nee. Ich krieg nur das zum Feuer machen. Und nicht hier, dass ich den irgendwie hinsetzen kann irgendwo. Funktioniert einfach nicht. Ey, so ein Shit, wa? Na okay, dann muss ich erstmal warten auf eure... Meinung da. Oder eure Kommentare. Bin ich wirklich gespannt, was ich hier verkehrt mache da. Gut. Dann bleiben wir erstmal... Haben wir... Haben wir... Haben wir... So, die haben wir doch da. Die Paneele haben wir auch da. Da verstehe ich nicht, warum ich das nicht hinkriege. Ja, okay. Dann wünsche ich euch noch was. Und ich hoffe, ihr tut mir irgendwie weiterhelfen können. Das wäre wirklich nett. Gut. Bis dann. Ich sag dir mal. Ich sag dir mal.